Hey, hat mir das jemand erklärt? Kommt wir uns zu nah? Wollen wir brechen und suchen die Nähe? Wenn wir uns entfernen, wer soll das noch verstehen? Sind wir unterwegs? Wollen wir heim? Wenn wir ankommen, wollen wir wieder gehen? Und wer steigt da noch durch? Jeder Streit wie Ewigkeit, jeder Kunde schallt uns in Ruhe auf den Fang. Das alles nicht kapiert, wir ignorieren die, die uns lieben und lieben, die uns ignorieren. Wir würden alles hinterflagen, jeden Tag im Zweifel für den Zweifel. Und wir haben schlecht, alles in den Glas, wenn wir drohen, jedes Mal am Zweifel zu verzweifeln. Kommt auf, darauf, dass wir heute nichts mehr erreichen. Trost, ich hab auch das Geboren ausgelassen, Feuerbrot. Und übermorgen meint, auf solche diese Scheiße bloß. Immerhin waren wir nur eine Nacht zweifellos. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich nicht nachden kann. Ich weiß nicht mal, wohin ich stehen soll. Ich lebe auf sich nur unser Buch und ich ahne. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das hab verstanden. Ich weiß nicht mal, wohin ich stehen soll. Ich lebe einfach nur unser Buch und ich ahne. Dann sind wir aufgewacht und hab betritten, ob das richtig und falsch ist. Schwarz, weich, selten auch so stark. Dann haben wir zugehört und haben verstanden, dass unberechenbar ist, ohne wenn uns aber dazugehört. Dann legen die Augen auf, seitdem rennen wir uns an rüber, um zu sein. Arme ohne Kante auf. Dann haben wir eingesehen, dass ich selbst wenn wir auf der Stelle stehen. Diese Erde stellt sich ein in den Weg. Meine Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Ich zweifel für den Zweifel. Nie wieder lasse ich mich drauf ein. Nein, ich bin es bei, am Zweifel zu verzweifeln. Nie mehr. Darauf, dass wir diese Nacht, was für jeden groß. Darauf, dass wir endlich anfangen zu leben. So perfekt, der Moment ist unendlich groß. Ihr und ich, wie wir sind zweifellos. Ich weiß, dass ich nicht, weil ich nicht aus schafften kann. Ich weiß nicht, weil, woher ich gehen soll. Vielleicht glaub ich doch, um dochhomem mich an. Aber ich weiß nicht, weil ich nicht, weil ich nicht aus schafften kann. Ich weiß nicht, weil, woher ich gehen soll. Ich glaub einfach, um dochhomem mich an. Schreibbeifel. Schlucker, wenn ihr Handys, Feuerzeuge oder irgendwas was leuchtet habt, dann holt es jetzt bitte raus. Sieht glaube ich wunderschön aus in der Hürde. Ich weiß es nicht.